So, auf wem warten wir wieder? Auf diesen Typen da, weil der gerade kacken war im Wald. So, und jetzt geht's los. Mahlzeit, Leute, hier ist wieder David von Fischers Gold. Und heute geht's wieder mit der Ultraleit Angel an den kleinen Fluss. Und mit dabei ist heute der Jens. Was fangen wir heute hier? Wir gehen heute auf Forelle, Bachforelle. Mal sehen, was wir haben. Aber mal probieren. Genau, Bachforelle, vielleicht Seeforelle mit Glück. Erdöbel, Esche, Rappen, Esche. Also alles dabei. Wenn ihr sehen wollt, was wir fangen, wenn wir was fangen, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Dann wird's wohl eine Brabe gewesen sein, vielleicht. Aber es kann immer eine kleine Kopulation von anderen. Oh, oh, ja, 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 ja. Da haben wir was. Hier ist eine Forelle, Bachforelle. Na gut. So, gucken wir mal rein. Es war auch kein Riese. Nö, es ist kein Riese. Die Daffel, das Schwimmen ist auch gut. Aber, aber schön ist sie. So, und da haben wir sie nochmal. Ups. Eine schöne Bachforelle. So, die darf jetzt wieder rein. Da schwimmt sie. War nix zum Mitnehmen, aber wenigstens Fisch. Das war's. So, nach meiner kleinen Babyforelle, wie fühlt man sich, schon zwei gute Forellen verloren zu haben? Nicht so gut. Tja, Pech gehabt. Aber das kommt heute noch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020